Tja, der gute Mann. So, ausrüsten, erziehen. So, wer geschafft's, dann rüsste ich mir die, ich muss, kann nicht die Munitionsnummer nicht machen. Bleib jetzt hier einfach mal stehen. Oh, der kommt jetzt gleich. Ach, wenn du den Balken da wicknust, dann kommt er unten. Bäm. Wow, wow, wow. Jetzt kann er sich wieder nicht entscheiden, wo er endet. Pass auf. Hm, ich hab's gesehen, dass er... Kommt er wieder zu dir. Ich kann nicht mal schießen auf den, so schnell rennt er da rum. Jetzt aber. Dreh, 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 dreh. Ich hab den Haken gegeben. Vorsicht. Ja. Ja, ähm, lass ihn hier hochkommen. Weil das ist Kacke da oben auf diesem kleinen Breckchen. Ja, ja, ja. Ja, das ist das schon. Oh, oh, oh. Ein bisschen daneben geschossen. Mann, renn doch nicht weg. Hopp, jetzt ist er bei mir oben. Und dann hochgesprungen. Ja. Ich kletter dann mal hoch. Ich kann nicht springen. Ah, ha, 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 ha. Dann ist er auch nicht weg. Dann ist er auch nicht weg. Dann ist er nicht weg. Dann ist er eben geschossen. Dreh, dreh, hälst! Gibt's noch ran? Ne, doch. Oh, oh, der ist deinem Schlag ausgewichen. Wenn ich den mit dem Revolver treffe, brauche ich noch einen, also ich brauche noch einen Schuss mit dem Revolver, dann ist er gestunnt. Wenn du den mal... Wo ist der? Hinter dir. Ja, ich sag noch, ich brauche nur einen Treffer, dann ist er gestunnt, ne? Ja, jetzt. Knife. Lauf! Achso, ein Treffer im Kopf. Roundhouse Kick. Oh, das war schon. Toll. Noch einen Schlangenarmband. Gut, dann würde ich vorschlagen, du gehst die... Die Kurbel kurbeln. Ach genau, ja. Weil dann kann ich von hier aus eine Granate gleich da oben hinschmeißen und... Da kommen nämlich auch noch welche. Mhm. Untersuchen. Das Gas nährt die Flammen. Wir müssen es abdrehen. Öh. Ist da Reis drauf? Ne, try it, okay. Reis. Reis. Ich hab da nur noch Reis gelesen. So. Es ist aus. Es sind die Flammen weg. Jetzt können wir gleich da... Aus, aus, das Spiel ist weg. Da kommen jetzt gleich welche um die Ecke. Da, habt ihr mit Granate. Da habt ihr noch mehr Granate. Ich weiß gar nicht, ob das so viel bringt hier mit den Blendgranaten. Bleh. Okay, ich komm jetzt zu dir, ne? Äh. Rundhauce Kick. Ganz langsam. Nein, die wollte ich nicht aufnehmen. Rundhauce Kick. Ich hab... ...ein Maschinengewehr... ...Munition für dich aufgenommen. Ja. Das ist schön. Das freut mich. Ey Schaufelmann, du sollst mir nicht ausweichen. Oh nein. Du bist kein Schaufelmann. Junge, Junge. Nicht die rechte Lebe. Jetzt fallen die alle da runter, ey. Und er lebt immer noch. Exekution von oben runter. Dann kann ich dir ja gleich hier... Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas hab. Nö. Was ist das denn? Granate. So. Wo ich jetzt gerade eben noch so viele Munition hab, jetzt hab ich nicht mehr so viele Munition. Mhm. Stolen-Munition, bitte ich ja. Maschinengewehr-Munition. Schöne-Munition. Tja, glaub. Das war's. Ja. Ding, 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 ding. Ja, du sollst kommen. Ja. Was war das denn? Ja... Wir sind. Ja. 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 Wie warst du hier? Wir waren auf dem Porten, wir wurden attackiert. Und dann... Ich bin hier. Wo ist der Rest des Team? Shit! Es sind nur die drei von uns jetzt. Warum hast du nicht verlassen? Ich meine, wir sind nicht für sie! Ich habe kein Verlangenes Geschäft. Die Hard Drive, die Daten auf dem BOW-Experiment, hatte eine Bildung drin. Die Bildung war von Chris' Freund. Ein Freund? Ich werde nicht verlassen, bis ich Irving herausfinde, was hier passiert. Wir machen die Chit-Chit für später. Schipfer, schütze mich! Schuhe! 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 Der Schwarze stirbt doch eh am Ende. Ich habe nur zwei. Aber ich habe nicht die Funk dann ausgerüstet. Aber da kommen ja gerade jede Menge. Ja. Über einen Haufen schießen können. So, kommt hier hinten? Nee, hier hinten ist noch nicht. Was ist denn da? Hm. 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 So, dann gehen wir das hier nehmen. Schmuggeln-Munition. Haufen. Grünes Kreuz ist mal ganz nett. Pistolen-Munition. Die könntest du nehmen. Ja, ich komme gerade. Überledigt. Geht hier noch? Granat oder sowas. Schrott? Was? Ach, kommen wir da noch. Von links kommen viele. Du bist so auf, meinen schwarzen Freund hier anzugehen. Wow. Wie sieht's aus? Naja. Es kommen wieder mehrere, ne? Ach, zwei. Mhm. Scheiße, ich bin leer. Fuck. Wo kommen die denn jetzt her? Können wir da rein? Ja, ja, ich denke schon. Kommst du? Tschüss. Wir müssen es uns ja nicht unmöglich schwer machen, ne? Nö. Okay, so weit ist er gefahren, schön. Move, move. Ja, dann, move'n wir doch mal. Können wir vielleicht nachfahren. Verdammt, Hedda! Die Buster, nicht zuhören! Oh, hallo. Das ist ganz kurz. Knie! Geh noch mal Knie! Wir sind alle da oben gekommen. Ich dritte mal nach, dritte mal nach oben. Ja. Zwei Fässer. Zwei Fässer. Und hier. Das ist mit ne Mime. Ich denke, ich bin voll. Ich hab auch keinen Platz mehr. Ich hab noch... Komm, ich fresse noch nicht. Ich hab das Ei schon wieder ver... Ne, ich hab noch zwei Eier. Jetzt hätte ich Platz für ihn. So, wir wollen nichts schlecht werden lassen, ne? So, wir können mal hier nach unten. So, ich muss mal gleich das Kackei ausrüsten. Gleich wieder nach... Oh, hallo, Freunde! Boah! Oh, oh! Bist du es tot? Ja, ja, ich denk schon. Aber der Typ hier steht nun mal. Ich hab's gerade aufgehoben, Entschuldigung. Und erst waren wir nicht rot. Ja. Ich hab's gerade aufgehoben, Entschuldigung. Mach nichts. Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch ein bisschen was in der Pumpern. Okay. Der Typ von drüben hat, ähm, Schrot liegen lassen. Ne. Dann geh ich da mal schnell hin. Ja, wir müssen da jetzt, glaub ich, eh... Hier ist Pistolen und Maschinen. Pistolen... Hier ist ein schnelles Schrot. Ja, da kommst du so, glaub ich, nicht hin. Du musst... Wir müssen da außen rüber, also. Ne, ne, ich bin schon da. Ja? Ich hab's nicht. Das war der Typ von selbst. Ach gut. Hups, das... Oh nein. Da, wo ich jetzt hinse... Aber ich hab ja noch eine Miene. Oh. Du, du. Das ist ne Band. Oh. Ne. Das ist ne Schaden. Oh. Das ist ne Schaden. Oh. Dreh, dreh. Okay. Dann können wir da gleich rein. Dann können wir da gleich rein. Ich geh ja auf dieses... Drehsteil hier. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich wollte doch nur das Gold! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Es sieht aus, wie Irving versucht, der Ort zu erbauen, und er zu Ende ist. Du musst ihn nicht mehrmals bewegen. Ich versuche, nachher aus hier. Oh nein! Wir werden uns nach oben. Oh nein! Oh nein! Jetzt gibt es ein Talker. Das ist wahrscheinlich wo er zu machen. Der Josh bekommt irgendwann, glaube ich, so einen schwarzen Glibber in den Mund. Sieht man das nicht irgendwo im Intro oder sowas? Keine Ahnung. Also, wir haben ja schon einen gesehen, der so überwältigt wurde. Ja, dann habe ich das wahrscheinlich im Kopf. Hey, da kann man reinhüpfen. Wo? Ach, da. Das Fenster. Ja, komm. Hüpf. Jetzt erst mal gucken, wo wir hier sonst hinkommen. Ja, hier ist ein Tor, okay. Da blinkt es auch. Also, Handgranaten. Das war es dann aber auch, was hier rumliegt. Aber hinten können wir nochmal raus. Nee, kann man nicht. Tatsächlich. Ach, das ist da, wo wir eben gerade auch, ja. Nur die andere Seite sind. Na gut. Oh. Die wollte ich gerade eben nicht aufheben. Ja, ich habe dir irgendwie nicht wirklich zugehört. Schön. Da muss ich jetzt gerade mal so sein. Nein, also, so ehrlich. nicht.